Ja, hier kannst du deine fette Hand nicht durchquetschen. Was macht er denn denn? Upsi. Der nimmt mich ja wirklich da raus. Äh, ja, ja. Okay, steh auf mal jetzt. Wir müssen jetzt rennen. Äh. Renn mal da durch. Huch. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass der uns da wirklich rausholt. Das ist falsch gedenkt. Ich hoffe, der findet keinen anderen Weg hin. Äh. Ich würde mich gerne hier durch beeilen. Aber ich finde wirklich... Ich weiß noch ehrlich gesagt gar nicht, wo wir lang müssen. Oh ja. Ich höre irgendwas aus. Ah! Was ist denn jetzt los? Ah, Gott. Hör doch mal auf. Als wäre ich schon genug gereizt. Ah. Ja. Oh, lecker. Was gab's denn hier? The. The cock. Und cock de vin auch. Oh, hier gibt's natürlich. Okay. Uh. Was sind das denn? Finger? Steckt da unser auch noch drin? Können wir uns einen ausleihen? Uns fehlen drei. Nee. N. Er hat sich nur Tweets gemacht. Finger! Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort. Aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Wie, du hast die Finger übrig? Das sind nicht deine. Die nehmen wir auch nicht mit, Miles. Das ist eklig. Die fangen auch schon an zu riechen. Du hast noch ein paar. Kannst du in deine Nase bohren? Wieso gibt's diesen Raum hier? Hier ist absolut gar nichts für uns. Nicht mal eine Batterie. Es regnet draußen. Wie schön. Kann man den öffnen in den Kühlschrank? Ich will gar nicht wissen, was hier in den Kühlschrank ist. In so einen Aufzug möchte ich nie wieder steigen. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Okay. Dann gehen wir mal. Kann ja nur besser werden. Dann. Möglich. Nö. Natürlich nicht. Okay. Ha. Das ist... Was ist das da? Oh. Ach. Kamen wir nicht runter? Ursprünglich? Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Ah. Ich glaube, ja. Hier ist der Priester lang gewandt. Aha. Super. Ich glaube, uns hat gerade der Schlund der Hölle entgegen gefaucht. Aber na gut. Da wollen wir unbedingt hin. Da steht der Exit drauf. Kann ja nur gut sein. Sonderprojekt Bluebird. Erstens. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird verursacht, mithilfe von Forschung, Analyse... Versucht. Nicht verursacht. Mithilfe von Forschung, Analyse, Bestimmungen und Anwendungen herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens. Können wir durch Post-Age-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Ach, das war das mit den Pistolen und den zwei Weibern, ganz vom Anfang, vom Keller. Siebtens. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Siebzehn. Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Aha. Wollten die sich vielleicht Soldaten hier erschaffen, die sie kontrollieren können? Auf Teufel komm raus. Also was hat ja meistens mit einem Militär zu tun. Oh, die kann man wirklich rein. Hätte ich nicht gedacht. Oh, yes. Aber auch nur eine. Shit. Isn't this lovely? Da können wir nicht lang. Da will ich auch gar nicht mehr lang. Dann gehen wir mal raus. Suche Vater Martin. Einmal nachhören. Aber bei dem Regen siehst du echt ja nichts. Suchscheinwerfer? Wer sucht denn da was? Will ich demjenigen begegnen? Da scheint eine Art Schuppen zu sein. Selbst mit Nachtsicht sehe ich hier so gut wie nichts. Das ist äußerst belastend. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Okay. Was? Oh! Okay. Nicht weinen, Miles. Nicht weinen. Wir kommen hier bald durch. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit entfernt vom Ende. Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Der Regen stört. Kann man da lang? Ich will erst mal den Weg folgen, glaube ich. Und dieser Treppe. Wie lebendig bist du? Ich kenne nicht mal deinen Namen, aber ich sehe dich als einen von meinen Blut an. Mein Paul? Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leben größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Oh, der Priester. Ja, du bist für uns da. Das habe ich gesehen. Zwillinge wollen immer noch unsere Leber essen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ja, das ist ja... Ich vertraue uns erwecken. Wo muss ich denn hin? Ich muss einen Schlüssel finden. So viel steht fest. Jetzt darf ich meine kompletten Batterien vergeuden, indem ich hier suche, wo eventuell ein Schlüssel rumliegt. Oh, okay. Ja, ja, nicht ganz ruhig. Ist ja ja nichts sonst. Äh, kamen wir von hier? Ist hier der Schuppen, wo wir hin müssen? Äh. Es knistert und knackt hier überall. Ich mach mal die Tür zu. Einfach so aus Jux. Eine Batterie. Das war's auch schon. Oh, nee. Ein Schlüssel. Na, dann dürfen wir bestimmt gleich rein. Ja, ist ja. Klasse. Oh, shit. Gute Frage wäre... Wo war denn jetzt der Schuppen noch mal? Von da kommen wir. Oh, Moment. Logik. Wir kamen von hier und sind dann rechts rum. Das heißt, der Schuppen müsste dort sein. Oder? Oder? Right, guys? Guys? Ich, äh... Lade mal nach. Und mach auf. Hier einfach rein. Und vor allem, mach die Tür hinter dir zu. So. So, großer Schuppen. Hier ist nichts. Schade. Und, ähm... Was Schlimmes erwartet uns doch gleich. Hallo? Alter! Alter! Was war's? Was war das denn? Mami. Ich will nicht mehr. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich hab den Wallrider gesehen. Das ist der Wolkenmensch. Um Himmels Willen. Ich will nicht. Wo bin ich hier überhaupt? Bin ich immer noch draußen? Wieso geistert der hier überhaupt draußen rum? Ich dachte, der hat innen... ...drin ein paar Leute zu töten. Oder nicht? Oder wie sehe ich das? Man wird hier aber auch nicht belohnt, wenn man in Ecken geht, ne? Eigentlich wird man dem ganzen Spiel nur in den Arsch getreten. Ich probiere es trotzdem. Spure, wie ich bin. Oh! Jippie! Okay. Aber wieso hat der uns gerade nicht umgebracht, wäre die nächste Frage. Nein, wir sind ja offensichtlich nicht seine Freunde. Äh, nee, nimm mal die Kammer hoch. Jetzt sind wir auf dem Dach von dem Schuppen. Aha. Ich hätte, wir fliegen dreimal runter. Ah, Sprengeraktion. Hat ja in der Vergangenheit schon so gut geklappt. Das kann doch nicht so ruhig hier ablaufen. Irgendjemand muss uns doch gleich nochmal verfolgen. Nee, 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 nee. Okay. Können wir hier rein? Nein. Okay. War ja ein Versuch wert. Wieso können wir da runter? Ich will es nicht herausfinden. Ich möchte hier gerne einfach weitergehen. Dann ist egal, was da unten ist. Wieso können wir jetzt nicht einmal über den Stacheldraht zauen und weg? Achso. Das ist immer noch Gelände. Wie unschön. Hoppsa. Jetzt müssen wir hier runter, ne? Ähm. Wir laden nochmal nach. Ui. Ui. Warum sieht das aus, als ob sie wieder hoch können? Ich hab was gehört. Du siehst auch nicht mal frisch aus. Okay. Die Tür ist zu. Na, wo ist einmal denn sonst dann? Müssen wir da wirklich jetzt hoch? Na, gibt's hier noch einen? Nö. Äh? Ja. Ja. Ich seh gar nichts. Oh, ich kann nur rüberklettern. Ah. Okay, das hab ich mir unten nicht gesehen. Ja. Äh, die Tür ist. Die Lampe hat aber vorhin noch nicht geflackert. Aber du bist doch draußen. Und dann meinst du vom Gelände. Das kann ich bestehen. Oh, Mann. Oh, Gott. Okay. Die Musik wird immer wieder hoch. Was? Ich hab dich nicht ganz... Ihh. Du hast da irgendwas an deiner Stirn. Mitesser. Maclera See benutzen? Vielleicht. Aber er sagt nichts zu mir. Musik. Könnten wir vielleicht weniger, weniger dramatisch sein. Ihh. Ping jetzt noch ein bisschen. Ich störe dich auch gar nicht dabei. Musik weg. Aha. Das ist aber ein ganz schön großer, äh... Weg zum Ablaufen. Da sind sie dabei. Ah, wie viel Blut hier ist. Irgendwie viel Leichen. Oh. Sorry. Oh. Der hat mich jetzt grad ein bisschen erschrocken. Aber wieso sind die Wachmänner immer im Sitzen gestorben? Kann mir das mal einer erklären? Jetzt müssen wir ihn da runter. Habe ich jetzt den dicken grad schon wieder gehört? Ja. Ja. Es darf nicht mal sein. Wann werden wir den nur endlich los? Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Wie immer eigentlich. Er sieht uns nicht, kann das sein? Wenn wir ganz normal hier weiterlaufen, da können wir uns verstecken. Wo geht's denn nur noch? Kann ich hier hoch? Stimmt. Ganz entspannt. Na komm. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Das war's ganz sicherlich noch nicht. Das war viel zu einfach. Ich seh ihn jetzt auch nicht mehr und ich höre ihn nicht. Hä? Niemals im Leben ging das... Oh, dieses Knistern. So einfach. Wo sind überhaupt die Zwillinge? Das ist jetzt mal meine nächste Frage. Die haben wir bis jetzt einmal gesehen und da waren sie auch keine wirkliche Bedrohung. Die waren ja sofort wieder weg. Ja, genau. Ich springe einfach mal runter. Perfekt. Holst du dich bitte wieder mal jetzt? Alles sieht so ein bisschen glubschigmäßig aus. Äh. Ich weiß nicht genau. Ich folge mal den so sträuchern hier. Das sieht nach einem netten Parvignon aus. Äh. Ja, okay. Wo soll ich denn jetzt hin? Oh, bin ich da. Ich will vielleicht einmal ein Kreis ablenken. Oh, ja. Kreis auf mich. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Tschüssi. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Ich hab komplett die Orientierung verloren. Ich bin so aufgeschmissen, wenn ich meine Batterie jetzt auch in den Arsch geht. Oh, shit. Okay. Huch. Normalerweise verliert er unsere Spur aber schneller. Dann gehen wir direkt hier lang. Geht's hier lang? Nein, hier geht's nicht lang. Nein, da ist er. Huch. Entschuldigung. Ich glaub, da ging's doch lang. Ich weiß nicht, wo lang ich muss. Ich weiß, wann, wo ich hinwende gerade. Glaub ich überhaupt irgendeinen Weg? Oh, shit. Ah. Ich glaub, wir sind in die Kammer gerade. Ja, ja. Scheide mal. Hm. Das ist ja jetzt scheiße. Ach. Ich glaub, da muss man noch ein paar. Oh. Huch. Hupsi. Nein. Jetzt hör doch mal auf, da abzuspringen. Meils, mach mich doch nicht fertig hier. Muss ich da lang? Ich glaub, ich muss da ja auch. Aber die Frage ist, wie komm ich denn da jetzt hin? Das erinnert mich ab. Ja, ja. Verfolg uns mal. Iiii. Iiii. Huch. Ach, da geht's nicht lang. Wir sind doch irgendwie gerade zu Fuß hier hingekommen. Ja, ja. Oh. Nein, 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 nein. Er packt uns nicht. Nein. Was? Nein. Lass mich in Ruhe. Was bist du denn für ein Unfairer? Wir waren doch da schon drin. Aber sowas von. Ja, das ist ja nervig. Wie spür ich da eigentlich doch auf? Ja, toll. Ich hab jetzt noch eine halbe Batterie, um zu klären, wie ich da hinkomme, ohne dass er mich schon merkt. Hm. Oh, da macht die Tür auf. Jetzt, jetzt kriegt er mich aber nicht mit. Das wäre ja jetzt ungefähr... So. Super. Drei... Ich glaub, wir haben jetzt drei Batterien dafür verbraten oder so. In der Frauenstation. Finden wir jetzt endlich mal ein paar Weiber. Und vielleicht ein, zwei Batterien. Wäre super. Sonst bin ich nicht echt am Arsch. Na, wie einladend. Ist das komplett... Ei. Hübsch. Mhm. Scheint ja ein Festmahl gewesen zu sein. Frage ist, war das jetzt Dickie oder der Wallrider? Wollen wir das überhaupt herausfinden? Ich glaube nicht. Natürlich ist die Tür verschlossen. Es wäre ja auch zu einfach, einfach mitten durch zu rennen. Gibt's hier eine Notiz? Oh, hier geht's da. Ich verstehe. Eine Notiz. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie im Kindergarten einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte auch schon nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Nucken. Ich glaube, Miles beginnt ein wenig verrückt zu werden. Eine Batterie. Es ist mir alles recht, solange ich meine Kamera mit Batterien füttern kann. Das ist... Boah. All seiner Pracht. Ich glaube, dann sieht es aus, als ob wir hier hochklettern können. Hübsch. Na, hier wollte ich ja schon immer mal hin. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Wieso rennt der immer vor uns weg, wenn ich zu ihm kommen soll? Dann renn doch einfach nicht. Wir können uns gerne unterhalten. Dann mache ich einen Kaffee zu. Trinke mal ein bisschen was. Eine Berliner Weiße zum Beispiel. Die könnte ich jetzt heute brauchen. Aber ein bisschen mehr Alkohol. Zu etwa 60 Prozent mehr. Hallo. Noch eine Batterie. Das gefällt mir nicht. Wieso finden wir so viele Batterien? Mhm. Das ist ja äußerst verdächtig. Ich lade mal kurz nach. Mhm. Super. Das ist ja äußerst verdächtig. 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 Bis zum nächsten Mal.